Der Wings Club ist zurück mit neun magischen Abenteuern von Bloom, Stella und ihren zauberhaften Freundinnen. Diesmal verlassen sie Alfea und machen sich auf die aufregende Suche nach der letzten Fee der Erde. Böse Zauberer sind ihnen schon auf den Fersen. Aber die Feen wissen sich zu helfen, denn gemeinsam sind sie feenstark.